Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen und ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein Video von mir. Heute möchte ich euch mal wieder zeigen, was ich eingekauft habe. Ich war nämlich bei Action und auch ganz kurz noch bei Woolworth. Das ist nämlich direkt daneben bei dem Action, wo ich immer einkaufe. Und dort habe ich ein paar Kleinigkeiten gekauft und bei Action hatte ich wieder einen relativ vollen Einkaufskorb. Und das möchte ich euch natürlich zeigen, was ich dort eingekauft habe. Fangen wir am besten mit den Sachen an, die ich bei Woolworth gekauft habe. Das sind nämlich nicht so viele, da sind wir relativ schnell durch. Und zwar bin ich in den Laden gegangen, weil ich entdeckt habe, dass dort Sachen von der Firma P2 verkauft werden. Die gab es ja früher in einigen Drogerien. Und ich erinnere mich, dass ich die eigentlich ganz gern mochte, zumindest die Nagellacke. Also ich hatte ziemlich oft den schwarzen Nagellack von P2. Und deswegen habe ich mir gedacht, so hey, guckst du einfach mal, was die da so haben. Weil ich hatte seit geraumer Zeit keine Produkte mehr von P2 in Drogerien entdeckt. Und wollte einfach mal schauen, was es denn dort zum Sale gab. Dort haben alle Produkte übrigens 1 Euro gekauft. Also alle Produkte, die ich euch jetzt zeige, hatten denselben Preis. Und dann habe ich mir mitgenommen einen Lip Liner in so einem, ja, recht dunklen, naja, so mitteldunklen Altrosa. Und den kann man im Prinzip immer mal gebrauchen, weil ich relativ viele Lippenstift oder Liquid Lipsticks habe, die so eine Farbe oder eine sehr ähnliche Farbe haben. Und weil ich regelmäßig Lip Liner verwende, werden die natürlich auch irgendwann relativ schnell leer. Und ich finde, diese Farbe ist halt wirklich ganz gut. Ich zeichne mal kurz auf der Hand. Die ist auch sehr, sehr leichtgängig, gibt gut Farbe ab. Ist also wirklich ein passabler Lip Liner. Was mich auch interessiert hat, war, dass auf der anderen Seite so ein Pinselchen war. Ich bin mir nicht ganz sicher, wozu ich den brauche. Ob ich damit den Lip Liner besser verteilen kann oder ob ich damit Lippenstift auftragen kann. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es einfach mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Auf jeden Fall finde ich 1 Euro für so einen Lip Liner. Ist auf jeden Fall ein echt guter Preis und ich brauche die auch echt regelmäßig. Dann habe ich bei Nagellacken zugeschlagen. Weil ich ja, wie gesagt, relativ häufig den schwarzen Nagellack von P2 gekauft habe, hatte ich die Nagellacke noch in recht guter Erinnerung. Und weil die da eine sehr große Auswahl an Nagellacken hatten, habe ich mir halt einfach ein paar mitgenommen. Diesmal allerdings nicht in schwarz, sondern in anderen Farben. Aber die fand ich halt auch sehr, sehr schön. Und zwar einmal dieses dunkle Kupfer mit ganz, ganz viel Glimmerpartikeln. Ich hoffe, die Kamera stellt jetzt einigermaßen scharf, dass ihr das sehen könnt. Ich finde die Farbe halt total schön. Das ist halt so ein Kupferrot. Das schimmert schön. Es sind also viele Glitzerpartikel drin. Fand ich total schick. Habe ich mir mitgenommen und werde ich demnächst dann auch mal testen. Ich finde, das ist irgendwie so eine schöne Herbstfarbe. Aber an sich passt die halt auch total gut zu meinen Haaren, seht ihr. Ja, also glaube ich schon, dass es irgendwie eine gute Kombination für mich sein wird. Dann habe ich mir ein anderes Rot mitgenommen. Ein deutlich helleres Rot. Hier seht ihr, das leuchtet richtig. Ist auch so ein bisschen kupferstichig, aber halt doch ein schönes, schimmerndes, helles Rot. Kann ich mir halt sowohl im Herbst gut vorstellen, als auch zu Weihnachten. Also ich habe hier immer so verschiedene Farbkombinationen, die ich gerne zu unterschiedlichen Jahreszeiten trage. Und irgendwie im Frühling ist es meistens grün, im Winter ist es meistens rot und im Herbst sind es meistens so gedecktere Rottöne. Ja, wird wahrscheinlich eine Weihnachtsfarbe werden. Finde ich auf jeden Fall super schön. Hat mir auf den ersten Blick gut gefallen. Dann habe ich noch ein tolles Grün gefunden, beziehungsweise ein schimmerndes Grün mit so leichten Gold- und Geldpartikeln drin, könnt ihr ja hier wahrscheinlich sehen. Halt, ich mag ja solche, ja, Chromfarben, gerade in Blau und Grün total gerne. Das ist mir halt sofort ins Auge gefallen. Finde ich mega schön. Das ist ein ganz, ganz tolles Grün. Ja, eher so Türkisgrün, auf jeden Fall mit Schimmer. Ich glaube, alle Farben, die ich gekauft habe von Nagellacken, sind mit Schimmer. Aber mag ich halt super gern und die Farbe hat mir total gut gefallen. Dann habe ich mir noch ein, ja, ein dunkles Silber mitgenommen, beziehungsweise so Stahlfarben. Das ist ziemlich ähnlich zu der Nagellackfarbe, die ich gerade trage, aber halt nicht identisch. Da ist irgendwie noch so ein Hauch, ja, Rosa mit drin. Also zumindest, wenn man das so im Licht dreht. Und hat mir halt super gut gefallen auf den ersten Blick und habe ich mir auch mitgenommen. Ja, sieht schön metallisch aus und ich mag es ja wirklich, wenn man halt eine gewisse Auswahl an Nagellackfarben hat. Und ja, da ist meine Sammlung wieder ein Stück gewachsen. Dann konnte ich natürlich auch bei Lila nicht Nein sagen. Das ist auch ein schimmerndes, metallisches Lila. Hat mir super gut gefallen. Mag ich total gern. Ich stehe ja total auf lila Nagellack und ich finde, das ist eine besonders schöne, schimmernde Farbe. Finde ich ganz, ganz toll. Werde ich auch demnächst auch ja zum Einsatz bringen und mal schauen, ob die denn halt auf meinen Nägeln genauso gut wirken wie in der Flasche. Hier habe ich jetzt noch einen Nagellack mitgenommen. Der nennt sich Technochrome. Den kann man von der Farbe halt nicht wirklich gut sehen, weil die Flasche nicht durchsichtig ist. Das ist so ein Gold, so ein schimmerndes Metallgold. Hat mich auf jeden Fall echt interessiert. Und auf der Flasche steht, dass man da ihn sowohl über andere Nagellackfarben tragen kann, als auch alleine. Und das werde ich einfach mal ausprobieren, ob ich halt nichtmetallischen Nagellacken, damit halt noch einen metallischen Anstrich verpassen kann. Oder vielleicht trage ich ihn auch mal alleine. Auf jeden Fall kannte ich so einen Nagellack noch nicht. Er hat mich aber echt interessiert und ich werde ihn demnächst mal testen. Ja, mag schauen, wie die mir so gefallen werden. Auf jeden Fall habe ich jetzt bei schön vielen Nagellackfarben eine gute Auswahl. Und für einen Euro kann man halt wirklich nichts sagen bei Nagellack. Das waren die Sachen, die ich bei Woolworth gekauft habe. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Sachen, die ich bei Action gekauft habe. Und auch das sind wieder einige Sachen. Ich hatte ja letztens bei Action entdeckt, dass es dort Rexona Deo gibt. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob das mein Lieblingsdeo ist. Das sieht nämlich normalerweise in der Verpackung anders aus. Ihr kennt bestimmt diese leicht kurvigen Verpackungen, die oben ein bisschen schmaler sind. Und dann in der Mitte etwas zusammengehen und ein bisschen bauchiger werden. Die Verpackung verwende ich normalerweise, weil es die auch meistens in den Drogerien gibt. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob das hier mein Lieblingsduft ist. Dann habe ich mir vorsichtshalber erst mal eine Packung davon gekauft. Habe sie dann ausgetestet und bemerkt, es ist mein Lieblingsdeo von Rexona. Nämlich das Active Pink. Und ja, hat mir mega gut gefallen, weil ich es halt einfach liebe. Es ist mein Lieblingsdeo. Deswegen habe ich mir dieses Mal bei Action fünf Packungen von diesem Produkt mitgenommen. Und nicht nur, weil es mein Lieblingsdeo ist, sondern auch, weil es sehr, sehr günstig war. Ich habe das letzte Mal in der Drogerie gesehen, dass Rexona dort inzwischen 1,95 Euro kostet. Und dieses Rexona Deo, was ja auch noch mein Lieblingsduft ist, hat bei Action jetzt nur 1,39 Euro pro Stück gekostet. Und das hat mir natürlich mega gut gefallen, halt mein Lieblingsdeo wieder nachzukaufen. Oft gibt es das nämlich nicht bei Rossmann oder DM oder Müller. Da muss ich schon Glück haben, dass die das im Sortiment haben. Und jetzt habe ich halt einen ordentlichen Vorrat und habe auch noch Geld gespart. Und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Dann habe ich mir eine Bodylotion mitgenommen mit Shea Butter und Apfelduft. Also die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich werde die mal testen. Also hat so einen Pumpkopf hier oben. Also Apfelduft interessiert mich ja. Ich mag ja Äpfel sehr, sehr gerne als Obst. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen pumpen, bis hier Produkt rauskommt. Ich muss offensichtlich ein bisschen länger pumpen. Offensichtlich kommt da jetzt nichts raus. Okay, ich stelle sie mir beiseite und pumpe ein bisschen heftiger. Okay, es kommt tatsächlich gerade nichts raus. Dann werde ich einfach die Packung mal aufschrauben, um daran schnuppern zu können. Ich möchte euch ja berichten, wie mir dieser Duft gefällt. Ich trage mir einfach mal ein bisschen was auf der Hand auf. Also die Bodylotion ist erstmal super dickflüssig. Das würde ich eher als Bodybutter bezeichnen. Vielleicht dauert es deswegen so lange, bis da was rauskommt. Ich werde das mal beobachten bei der ersten Anwendung. Mal schauen, ob ich da wirklich einfach pumpen muss. Oder zur Not drücke ich halt einfach das Produkt aus der Flasche raus. Aber wenn schon so ein Pumpkopf dabei ist, dann möchte ich den ja eigentlich auch benutzen. Okay, der Duft ist schön. Ja, der riecht tatsächlich sehr schön angenehm nach Äpfeln. Also das Produkt hat nicht zu viel versprochen. Der Apfelduft ist definitiv da und auch sehr angenehm. Gefällt mir sehr. Ich weiß halt nur noch nicht, wie gesagt, wie das nachher in der Anwendung sein wird. Weil das Produkt scheint offensichtlich extrem fest und dickflüssig zu sein. Hätte ich jetzt bei dem Wort Bodylotion nicht erwartet. Da hätte ich halt wirklich ein eher flüssigeres, leichtgängigeres Produkt erwartet. Aber ich will noch nichts Negatives über dieses Produkt sagen. Ich muss es ja auch erst mal ausprobieren. Mal schauen. Vielleicht ist es ja dann halt, wenn ich es auftrage, total gut. Vielleicht schmilzt es schön und zieht total gut ein. Muss ich mal testen. Gerade erst mal mal schauen, wie ich das Produkt aus der Verpackung kriege. Ach ja, Preise kann ich euch natürlich auch nennen. Oh je, mein Kassenbon ist mal wieder echt leer. Hat 1,39 Euro gekostet, die Bodylotion. Dann kommen wir zu einem Produkt, das ich interessant fand. Und zwar dieses Peeling mit Kiwi. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also das Produkt scheint an sich grün zu sein. Und da drin sind tatsächlich Kiwi-Kerne. Also die man halt sieht und mitisst, wenn man die Frucht aufschneidet. Und die sind da als Peeling-Körner drin. Und das finde ich halt wirklich interessant, wenn Produkte halt so natürliche Peeling-Körnchen haben. Sei es zum Beispiel Kaffee oder Nussschalenstückchen und so weiter. Mit dem Kaffee-Peeling von Action hatte ich ja wirklich schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Deswegen habe ich mir jetzt das Kiwi-Peeling mitgenommen. Und werde das dann auch bald austesten und euch dann berichten, wie mir dieses Peeling gefallen hat. Ich hoffe halt mal wirklich gut. Und ja, Kiwi-Duft mag ich an sich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und das hat gekostet 95 Cent. Also auf jeden Fall auch ein günstiges Peeling. Sind 75 Milliliter drin. Ich weiß nicht, ob ich es fürs Gesicht verwenden werde oder vielleicht eher für den Körper. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall werde ich es bald mal testen, weil ich auch einfach hoffe, dass es einen wunderbaren Kiwi-Duft hat. Dann habe ich zwei Lippenpflegeprodukte gefunden. Und zwar Vaseline Lip Therapy in der Sorte Rosy Lips und Cocoa Butter. Ich habe ja öfters mal trockene Lippen. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen daher, weil ich sehr, sehr gerne Liquid Lipstick verwende. Und abends trage ich mir dann immer gern ein Lippenpflegeprodukt auf. Und ja, deswegen habe ich die einfach mal mitgenommen. Mal schauen, wie die bei mir so funktionieren. Pro Döschen hat das nur 78 Cent gekostet. Das ist also ein super günstiges Produkt gewesen. Und mal schauen, wie die bei mir so funktionieren. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Firma das ist. Das steht irgendwie gar nicht drauf. Wie heißt die Firma Vaseline? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Wisst ihr, von welcher Firma das ist? Ich kann es jetzt nicht so wirklich erkennen. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich konnte es jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht ausmachen. Aber ich bin natürlich interessiert, ob dieses Produkt eine positive Wirkung auf meine manchmal trockenen Lippen hat. Dann habe ich mir mitgenommen eine Haarmaske, die ich schon mal ausprobiert habe von The Beauty Debt. Die sind wirklich ziemlich gut. Meine Haare nehmen die sehr gut an. Sie fühlen sich danach immer sehr weich und gepflegt an. Da habe ich mir die Haarmaske mit Nuss mitgenommen. Und irgendwo habe ich hier in meinen Einkäufen auch noch andere Sorten rumliegen. Die habe ich jetzt gerade nicht griffbereit. Aber ja, ich zeige euch ja alles, was ich eingekauft habe. Also werden wir definitiv auch noch dazu kommen. Diese Haarmasken kosten pro Beutelchen 99 Cent. Und ich finde dadurch, dass die Haare sich immer super weich und gepflegt anfühlen und auch schön glänzen, kann man sich das gelegentlich mal gönnen. Meistens mache ich so einmal die Woche eine Haarmaske und die gefallen mir wirklich ziemlich gut. Deswegen habe ich sie jetzt mal wieder nachgekauft. Sind feine Produkte, die ich gern mag. Apropos Masken, die ich immer mal wieder nachkaufe. Auch von The Beauty Debt habe ich eine Maske gefunden, die kostet 49 Cent. Haben sie dieses Mal gekostet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der Fixpreis ist oder ob sie im Angebot waren. Auf jeden Fall haben sie 49 Cent gekostet. Die Orangenmaske. Die hat mir ja mega gut gefallen, als ich sie zum ersten Mal angewendet habe. Ich habe sie auch schon ein paar Mal nachgekauft und immer mal wieder angewendet. Ist halt eine super tolle Maske. Tolles, dünnes Vlies. Riecht sehr, sehr angenehm nach Orange. Hält gut auf der Haut. Und meine Haut fühlt sich danach wirklich super mit Feuchtigkeit versorgt und glatt und seidig an. Deswegen habe ich mir davon mal wieder vier Tütchen gegönnt. Werde ich dann halt auch in den kommenden Wochen immer mal wieder aufbrauchen. Also höchstens, ich denke mal so einmal die Woche werde ich die mir gönnen. Weil ich habe ja auch noch andere Tuchmasken, die ich sehr, sehr gerne mag von Action. Und da habe ich mir natürlich auch wieder ein paar mitgenommen. Die kennt ihr natürlich schon aus vorherigen Hauls. Nämlich von The Mask Doktor. Die Masken mit Retinol, Kollagen und Niacinamid. Schwieriges Wort. Die mit Niacinamid, natürlich mit dem schwierigsten Wort, gefallen mir am besten. Deswegen habe ich mir gleich zwei mitgenommen. Und von den anderen jeweils eine Verpackung. Ich habe nämlich noch ein paar in meiner Maskenschublade bei mir. Aber wenn ich schon mal bei Action bin, denke ich mir, ach komm, kaufst du dir gleich ein paar nach. Weil du nimmst die ja sowieso immer regelmäßig. Und sie gefallen mir einfach sehr, sehr gut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Action die nie aus dem Sortiment nimmt. Weil dann bin ich wirklich sehr traurig. Weil diese Masken bei mir unheimlich gut funktionieren. Also das ist halt wirklich wie eine richtige Erholungskur für meine Haut. Funktioniert super. Mag ich total gern. Eine Maske kostet 99 Cent. Und das ist sie auf jeden Fall wert. Dann habe ich mir was zum Snacken mitgenommen. Da kann ich euch jetzt noch gar nicht wirklich was sagen, wie das schmeckt. Schmeckt nämlich, ich habe mir hier so Riegelchen mitgenommen. Mit Mandeln, Chia und Kakao sollen die sein. Ja, lasen sich erstmal sehr lecker und gesund. Ich mag ja nussigen Geschmack total gerne. Sind auch nicht besonders kalorienhaltig. Also ein Riegel hat 102 Kalorien. Ich finde für so einen Snack, so eine Süßigkeit für zwischendurch, ist das schon in Ordnung. Und wenn es jetzt auch noch lecker ist, dann sind es die Kalorien auf jeden Fall wert. Kann ich euch allerdings noch gar nicht sagen, ob die lecker sind. Werde ich aber zeitnah mal austesten. Und euch dann wahrscheinlich in einem der nächsten Aufgebraucht-Videos berichten, was ich denn mal wieder so aufgefuttert habe. Vielleicht sollte ich ein eigenes Format starten. Nicht aufgebraucht, sondern aufgefuttert. Weil ich halt auch solche Snacks mit Nüssen und anderen fruchtigen Komponenten sehr, sehr gerne mag. Und ja, falls euch das interessiert, wie meine Meinung zu solchen Snacks ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ich das mal ein bisschen ausführlicher betrachten soll oder ob es reicht, wenn ich die in einem Aufgebraucht-Video einfach so nebenbei erwähne. Von den Snacks habe ich mir noch eine zweite Packung mitgenommen. Nämlich auch mit Mandeln und Cocoa und Goji-Beeren. Also was Fruchtiges. Die erste Packung ist ja schokoladig-nussig und jetzt ist es nussig-fruchtig. Was auch eine sehr vielversprechende Kombination ist. Interessiert mich sehr, freue ich mich sehr drauf. Und die haben sogar noch weniger Kalorien, nämlich nur 91 pro Riegel. Finde ich auf jeden Fall, ist es eine gute Sache. Ich werde natürlich jetzt nicht die ganze Packung auffuttern, sondern so ein Riegel pro Tag reicht dann völlig aus, wenn man irgendwie mal total Lust auf was Süßes hat. Und ich habe auch nicht jeden Tag Lust auf was Süßes. Aber manchmal, kennt ihr bestimmt auch, wenn man denkt, jetzt was Leckeres irgendwie zum Snacken, dann finde ich, sind solche Riegel eigentlich immer ganz gut geeignet. Auf jeden Fall besser, als irgendwie mehrere Riegel Schokolade zu futtern. Ich hole mir mal meinen Karton rüber. Dann brauche ich nicht immer da so rübergreifen. Da habe ich nämlich noch einige andere schöne Produkte drin, die ich euch zeigen möchte. Den lehne ich mal hier so an meinen Tisch an. Und zwar habe ich mir mitgenommen eine Creme von der Firma Satina. Die kenne ich gar nicht. Aber, ach so, die Riegelchen haben pro Packung 1,39 Euro gekostet. Also sind auf jeden Fall auch noch relativ günstig. Manchmal vergesse ich das, die Preise zu nennen. Das sollte ich nicht. Ich versuche mir auf jeden Fall Mühe zu geben, euch natürlich auch über die Preise zu informieren. Deswegen ziehe ich meinen Kassenbon mal wieder etwas näher zu mir. Diese Creme hat auf jeden Fall 75 Cent gekostet. Das ist mit Vitamin C-Komplex und UV-Filter. Ich mag ja wirklich gerne Produkte mit Vitamin C. Deswegen, ja, freue ich mich auch schon darauf, die Creme zu verwenden. Wie gesagt, ich kenne weder die Firma noch die Creme an sich. Kennt ihr Satina als Firma? Ich werde die mal aufmachen und dran schnuppern. Habe ich jetzt fast den Deckel abgebrochen. Das ist ja mal wieder toll. Ich gebe mir einfach mal ein bisschen was auf die Hand. Verteile das. Fühlt sich auf jeden Fall erst mal schon mal recht reichhaltig an. Mal schauen, ob die irgendwie einen Geruch hat. Ja, so ein, ja, riecht irgendwie nach Creme, aber jetzt irgendwie nicht nach einem besonderen Parfüm oder einem besonderen Inhaltsstoff. Ja, hat jetzt irgendwie keinen besonderen frischen oder blumigen Duft. Also ich finde es aber auch nicht schlecht, wenn Cremes irgendwie nicht so stark parfümiert sind. Und es ist ja erst mal wichtig, dass sie gut zur Haut sind, nicht ob sie irgendwie besonders schnuppern. Ich finde es auf jeden Fall erst mal nicht unangenehm, nicht schlecht. Sie kommen mir auf jeden Fall ziemlich reichhaltig vor. Deswegen vermute ich mal, dass es für mich eher eine Creme ist, die ich abends verwenden würde. Weil ich morgens, kurz bevor ich mich schminke, halt ungern so reichhaltige Cremes verwende, weil die ja doch eine ganze Weile brauchen, um eingezogen zu sein. Und wenn die Haut dann irgendwie immer noch so, ja, ölig ist, dann kann man sich relativ schlecht schminken. Auf jeden Fall hält bei mir das Make-up dann irgendwie nicht so gut. Deswegen würde ich sie tendenziell abends verwenden. Ich werde sie aber mal ausprobieren und werde euch dann berichten, wie sie mir gefallen hat. Dann habe ich mir noch eine weitere Creme mitgenommen, und zwar von der Firma Eliza Jones. Ich glaube, das ist die Eigenmarke von Action, was so Hautpflegeprodukte angeht. Ich meine mich zu erinnern, dass Maxim Giacomo, die schon mal in einem seiner Hauls erwähnt hat, ich selber habe von dieser Firma bisher noch nichts gekauft und verwendet, aber diese Creme hat mich interessiert, weil sie auch mit Vitamin C ist und außerdem noch mit Shea-Butter, Macadamia-Öl und Nyazinamid. Und ich finde, das ist eine sehr vielversprechende Mischung. Ich werde sie auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren und euch dann auch berichten, wie mir diese Creme gefallen hat, ob es vielleicht ein echter Geheimtipp ist, diese Creme, und ob man sich, wenn man die verwendet, vielleicht ein paar Euro sparen kann. Es gibt ja durchaus einige Gesichtscremes in der Drogerie, auch etwas höherpreisige mit Vitamin C und Nyazinamid, die dann vielleicht auch mal gerne so 10, 15 Euro kosten. Und vielleicht ist das eine gute, günstige Alternative. Ich werde sie testen. Die hat nämlich, achso, Preis natürlich, die hat 2,79 Euro gekostet. Finde ich für einen 50ml Tiegel auf jeden Fall einen sehr, sehr günstigen Preis. Und wenn sie dann auch noch gut ist, dann freue ich mich umso mehr. Genau, ich habe ja schon die Haarmasken verwendet und hier habe ich mir eine weitere mitgenommen. Und zwar die mit Mango und Passionsfrucht. Auch die habe ich schon mal verwendet. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe jetzt alle 3 Sorten von diesen Haarmasken schon verwendet. Und sie haben mir alle 3 sehr gut gefallen. Ich habe jetzt da keinen besonderen Favoriten, dass ich sage, Oh, die muss ich auf jeden Fall in größerer Menge nachkaufen, wie jetzt zum Beispiel bei der Nyazinamid-Maske von The Mask Doctor. Die gefallen mir halt alle 3 sehr gut. Und je nach Lust und Laune verwende ich die dann, wenn ich denke, hey, heute will ich ein bisschen fruchtiger duften oder heute will ich ein bisschen wärmer, nussiger duften. Dann nehme ich halt einfach je nach Lust und Laune immer die Haarmaske, die mir gerade am besten gefällt. Ich hatte euch ja schon die Tuchmaske gezeigt mit Orange. Und dann habe ich mir praktisch aus derselben Linie von The Beauty Dab noch auch die mit Haarfarm mitgenommen. Gefällt mir halt auch super, super gut. Hatte ich halt auch schon mal verwendet. Der Duft hat mir gefallen. Also das ist im Prinzip die identische Maske. Hat ein sehr, sehr dünnes Vlies, super gut durchfeuchtet. Und die hat im Prinzip gerochen wie der Porridge, den ich morgens esse. Und finde ich halt auch wirklich nicht schlecht, wenn irgendwie, ja, Tuchmasken lecker riechen. Also Orangen duft ist für mich ja auch lecker und der Duft ist für mich auch lecker. Ist, wie ihr seht, nicht mein allererster Favorit. Das ist der mit Orange. Aber davon habe ich mir halt auch nochmal zwei Masken mitgenommen. Und wie gesagt, die haben 49 Cent gekostet. Und da kann man schon mal ein bisschen zuschlagen. Kommen wir dann zu dem Grund, warum ich eigentlich zu Action gefahren bin. Nämlich diesen Wasserflosser. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das ist ein Gerät, das ich halt bei mir schon länger im Bereich der Zahnpflege anwende. Und zwar hatte ich euch, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, dass ich längere Zeit Probleme mit Zahnfleischentzündungen hatte. Und mir hat es dann nicht nur sehr geholfen, die Produkte von Meridol anzuwenden, also die Zahnpasta und die Mundspülung, sondern auch noch einen Zahnzwischenraumreiniger zu verwenden. Es gibt auch diese kleinen Stäbchen, wo Zahnseide dran befestigt ist oder Zahnseide an sich. Habe ich alles ausprobiert. Ich muss aber sagen, dass mir halt Zahnzwischenraumreiniger mit Wasser irgendwie am besten gefallen. Ich habe schon einen, jetzt seit ungefähr drei Jahren in Anwendung. Also es ist ein fast identisches Gerät. Und langsam, ja, bekommt der so ein bisschen Altersschwäche. Also man füllt das zum Beispiel mit Wasser und da ist so ein Verschluss mit so einem, ja, praktisch so ein kleiner Stöpsel. Und da wird es jetzt langsam undicht, weil ich benutze das Gerät ja auch täglich mindestens zweimal. Wenn ich immer beim Zähneputzen, wenn ich fertig bin, dann gehe ich halt nochmal komplett die Zahnreihen entlang und spüle mir eventuelle, ja, Reste irgendwie oder so kleine Sachen, die dann noch zwischen den Zähnen sind. Man kann sich auch nicht wirklich gut so in den Zwischenräumen mit putzen. Mit der elektrischen Zahnbürste geht das schon besser, finde ich. Aber man bekommt ja nicht alles raus. Und dafür verwende ich dann so ein Gerät. Das fülle ich mit Wasser. Und auch oft mache ich noch etwas Mundspülung mit rein. Das schmeckt dann auch noch besonders frisch. Und dann spritzt man sich das halt mit diesem kleinen Ventil so zwischen die Zähne und spült da alles raus, was da eventuell noch drin sein könnte. Manchmal mache ich das auch nach einer Zwischenmahlzeit, wenn man denkt, hm, okay, Zähneputzen kann ich jetzt nicht, brauche ich jetzt unbedingt, aber da ist noch so eine Kleinigkeit, dann kann man das auch zwischendurch einfach mal verwenden. Gefällt mir halt mega gut. Das Gerät, das ich aktuell in Anwendung habe, wie gesagt, es wird halt langsam ein bisschen undicht am Wassertank. Das ist natürlich blöd, wenn halt, wenn man da Mundspülung reingefüllt hat und ein Tropf, das über den Tag verteilt irgendwie ins Waschbecken und wird nicht verwendet. Deswegen habe ich mir jetzt ein neues gekauft. Das war nämlich im Angebot für 14,95 Euro. Das Gerät, das ich aktuell in Anwendung habe, das hatte ich mir bei Amazon bestellt und das hat rund 30 Euro gekostet. Also habe ich jetzt ein Gerät für etwa die Hälfte des Preises und das werde ich heute Abend dann auch gleich in Anwendung bringen und mal gucken, wie es mir gefällt. Das andere werde ich nicht wegwerfen, denn es funktioniert ja noch. Eventuell werde ich das irgendwie bei meinen Eltern bunkern, dass ich dann, wenn ich sie besuche, auch dort ein Gerät zur Verfügung habe. Muss ich mal schauen, eventuell mache ich das so oder ich stelle das irgendwie ins Regal, für den Fall, dass ein Gerät vielleicht mal runterfällt und kaputt ist, dass ich auf jeden Fall dann noch ein weiteres habe. Für mich auf jeden Fall ein super lohnenswertes Gerät und falls ihr auch Probleme habt mit Zahnfleischentzündungen oder immer mal wieder das Gefühl habt, dass ihr bei der Zahnreinigung die Zahnzwischenräume nicht so richtig erreichen könnt, wäre das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ergänzung für eure Zahnpflege. Bei mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut geholfen und ich finde für 14,95 Euro so ein Gerät, was halt wirklich meine Zahnpflege so extrem verbessert hat, da kann man überhaupt nicht meckern. Oh, hier ist noch ein Drexona-Deo in meinem Einkaufskorb. Wie gesagt, habe ich mir fünfmal gekauft. Ja, das liegt halt gelegentlich mal dazwischen. Dann habe ich mir für 99 Cent eine, ja, eine Gesichtsmaske von The Beauty Debt. Ist das eigentlich auch eine Eigenmarke von Action? Ich glaube ja, oder? Mitgenommen mit, ja, Orangenblütenwasser. Also ja, es ist was Orangiges, also hat es mich natürlich gleich interessiert. Es gab da mehrere Sorten von, aber ich habe natürlich bekanntermaßen mal wieder zu der Orangensorte gegriffen. Auch hier werde ich mal gleich testen, wie das so schnuppert. Also ich rieche jetzt so nur einen Hauch Orangen, aber es riecht angenehm. Es riecht schön mild, leicht fruchtig, gefällt mir erst mal sehr, sehr gut. Muss ja auch nicht stark perfumiert sehen, gerade wenn man das so 20 Minuten im Gesicht einwirken lassen, muss ich da auch nicht so viele Duftstoffe drin haben. Ich bin mal gespannt, wie mir diese Maske gefällt. Da sind jetzt 75 Milliliter drin und wenn das gut funktioniert, würde ich mich umso mehr freuen, denn normalerweise verwende ich ja bei Feuchtigkeitsmasken, also in Creme-Konsistenz, diese kleinen Beutelchen, die man von Schebens und ähnliches bekommt. Da hat man ja immer nur zwei Anwendungen und jede Menge Verpackungsmüll. Wenn die jetzt richtig gut ist, würde ich dann wahrscheinlich dazu tendieren, zu solchen Tuben umzusteigen, denn 75 Milliliter ist natürlich eine Menge. Das reicht wahrscheinlich für 30, 40 Anwendungen. Ich weiß es nicht ganz genau, wie viel Milliliter verwendet man bei so einer Maske? Wenn man so 2, 3 Milliliter, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich werde es ausprobieren und mal so ein bisschen mitschätzen, wie viele Anwendungen die reichen wird, falls sie mich überzeugt und falls sie mich halt wirklich jetzt echt überzeugt, denn wie gesagt, dann kann ich für einen sehr, sehr günstigen Preis wenig Verpackungsmüll aber trotzdem eine gute Hautpflege erreichen. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich werde sie bald mal ausprobieren und euch dann berichten, ob das eventuell eine gute Alternative zu anderen Creme-Gesichtsmasken ist. Ja, hier haben wir noch die letzte Haarmaske. Das ist die mit Avocado und Kaktus. Ich glaube, das war die erste, die ich von diesen Haarmasken mal gekauft habe, weil ich Avocado total mag. Also sowohl als Duft in Kosmetikprodukten als auch als Lebensmittel. Und dann hat mich natürlich diese total niedliche, knuppige Avocado gleich angesprochen. Und auch die Haarmaske hat mir richtig, richtig gut gefallen und die habe ich mir jetzt auch mal wieder nachgekauft. Dann habe ich mir Beauty-Sponges gekauft. Und zwar ja diese niedlichen hier, einmal mit diesem Kiwi-Aufdruck und auf der anderen Seite die Wassermelone. Die haben 1,49 Euro gekostet. Es sind, glaube ich, zwölf Stück drin. Und das sind nicht diese runden, eierförmigen Beauty-Sponges, die wir alle kennen, sondern die sind halt so wie so Tortenstückchen zugeschnitten. Und solche habe ich bei mir noch gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich sie eventuell ganz gut gebrauchen könnte. Denn öfters, wenn ich hier so Concealer so im Augenwinkel verteile, dann sind die größeren Beauty-Sponges manchmal ein bisschen zu groß oder dann komme ich an die Wimpern oder ich verteile den Concealer zu viel. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass solche kleineren Beauty-Sponges mit einem sehr, sehr spitzen Winkel vorne da eventuell gut funktionieren könnten. Und bei dem Preis kann man halt nun wirklich nichts sagen. Also das sind ja eigentlich nur knapp über 10 Cent pro Schwämmchen. Ich werde sie auch bald bei meiner, ja, bei meinem nächsten Make-Up werde ich sie mal ausprobieren. Und eventuell habe ich hier eine gute Ergänzung für meine Make-Up-Routine gefunden. Dann habe ich mir noch mitgenommen, die normalen Beauty-Sponges. Die sind von der Firma Max & Moore, wo es ja wirklich reichlich Produkte bei Action gibt. Da gibt es dieses Dreierpack für 1,99 Euro. Ist einmal so ein mintgrünes Ei drin, ein rosanes und ein oranges. Sind halt optisch erstmal super süß. Auf dem orangenen steht Smile, auf dem grünen Joy und auf dem rosa ist ein Herzchen. Ich habe jetzt die noch nicht getestet von Action, ob die gut sind. Aber manchmal sind Beauty-Sponges ja auch sehr, sehr gut, auch wenn sie günstig sind. Zum Beispiel der Sponge von Essence. Der gefällt mir ja mega gut. Der kostet ja glaube ich auch nur 2,99 Euro oder 2,49 Euro. Und der ist ja auch wirklich sehr, sehr günstig. Und der gefällt mir mega gut. Den verwende ich mindestens genauso oft wie meine Schwämmchen von Luvia. Deswegen freue ich mich auf die Anwendung dieser Schwämmchen. Und vielleicht habe ich hier auch einen günstigen Geheimtipp von Action gefunden. Ich werde euch auf jeden Fall dann berichten, wie mir diese Schwämmchen gefallen haben. Eventuell verwende ich sie auch mal, wenn ich mal wieder mit euch einen Look schminke. Dann könnt ihr ja sozusagen gleich live sehen, wie mir diese Schwämmchen gefallen. Und ja, eventuell habe ich jetzt mal wieder einen schönen Schnapper gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Anwendung von allen Produkten, die ich gekauft habe. Manche kenne ich ja schon und weiß halt ganz genau, dass sie wirklich sehr, sehr gut sind. Andere sind neu und eventuell kommen sie auch bald zu meinen Favoriten. Das war mein Haul von Action ergänzt mit ein bisschen Woolworth, hauptsächlich Nagellack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall beim Einkaufen und beim Zeigen der Produkte wieder richtig viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich freue mich auf euch. Eure Ramis.